Herzlich willkommen zur allmonatlichen Monatsvorschau auf die Releases der nächsten Wochen. So viel sei verraten, auch im Juni stehen wieder ein paar spannende Kaufkandidaten auf der Matte. Fräsen wir uns mal durch. Los geht's mit wildem Geholze, das erst mal gar nix kostet. Nach der geschlossenen Beta-Phase ist Valorant bald als Free-to-Play-Geballer für alle PC-Zockerinnen zugänglich. Und weil die Macher alle Spielerkonten zurücksetzen, soll's zum Launch so ausgeglichen wie möglich zugehen. Spielerisch erwartet euch 5-gegen-5-Geschrote im Geist von Counter-Strike Global Offensive mit Helden-Einschlagmarke Overwatch oder Apex Legends. Die reduzierte Cell-Shade-Optik ist zwar nicht jedermanns Geschmack, dafür halten sich die technischen Anforderungen für euren PC in Grenzen. Ob Valorant das Zeug zum künftigen E-Sports-Kracher hat, könnt ihr ab dem 2. Juni selbst herausfinden. Tief in der Mottenkiste kramt derweil Electronic Arts. Zum 25-jährigen Serienjubiläum erscheint die Command & Conquer Remastered Collection. Darin enthalten sind die Teile Der Tiberium-Konflikt und Alarmstufe Rot samt aller Erweiterung. Um das Spielgefühl so authentisch wie möglich zu halten, sollen sich die Updates in Sachen Gameplay und KI in Grenzen halten. Akustisch und optisch wird der Echtzeit-Opa hingegen ordentlich hochpoliert, wobei Puristen auf Knopfdruck zwischen glatter 4K und original Pixeloptik wählen können. Nice. Besonders schön für hiesige Taktiker, die Collection ist ungeschnitten. Statt wie damals Roboter und Motoröl gibt's also in der Neuauflage Soldaten und Blut. Wir bleiben im Fach Echtzeit-Taktik, drehen aber Gameplay und Setting einmal auf links. Mit Desperados 3 wird die einst beliebte PC-Wildwest-Strategie nach über 12 Jahren Pause fortgesetzt. Darin dirigiert ihr einen Trupp Meuchelmörder durch feindverseuchte Szenarien, achtet auf gegnerische Laufwege und Sichtfelder, nutzt Deckungen und die individuellen Skills eurer Teammitglieder. Entwickelt wird das Ganze vom Münchner Studio Mimimi. Die haben bereits mit dem exquisiten Shadow Tactics bewiesen, dass sie ihr Stealth-Taktik-Handwerk beherrschen. Das Hi-Fi-Spektakel Disintegration setzt auf einen interessanten Gameplay-Ansatz, auch wenn's auf den ersten Blick vielleicht nicht so aussieht. In dem Mix aus Ego-Action und Team-Taktik ballert ihr nämlich selbst von Bord waffenstarrender Robotermaschinen aus, den sogenannten Graf-Cycles. Nebenher erteilt ihr aber auch eurer mehrköpfigen Bodentruppe individuelle Kampfbefehle. Klingt erst mal ungewöhnlich, aber auch potenziell chaotisch. Soll aber ziemlich gut funktionieren. Das sagen zumindest die Leute, die's schon gezockt haben. Angedickt wird die Story-Kampagne durch ein paar Mehrspieler-Modi. Entsprechend sollte man Disintegration durchaus auf dem Zettel haben. Tear'n'em apart! Zu The Last of Us 2 wurde an sich schon alles gesagt, was man wissen muss. Und leider sogar noch mehr. Dem fiesen Story-League vor ein paar Wochen sei Dank. Oder besser, Undank. Doch keine Sorge, wir wollen an dieser Stelle gar nicht näher eingehen auf Naughty Dogs hoffentlich krönenden PS4-Abschluss. Am 19. Juni könnt ihr selbst herausfinden, ob die Abenteuer von Ellie und Joel auch im zweiten Teil so krass mitreißen wie im gefeierten Erstling. Rennspielmäßig war in den letzten Monaten nicht allzu viel los. Eine Lücke, die Assetto Corsa Competizione erfüllen möchte. Zumindest für alle Freunde der GT3-Rennklasse. Das offizielle Spiel zur GT World Challenge Championship lockt mit lizenzierten Fahrern, Autos und Strecken und setzt entsprechend auf realitätsnahes Racing-Vergnügen. Auf dem PC wird das Ganze bereits als supergut gelungene GT3-Simulation gefeiert. Mal schauen, ob die Konsolen-Umsetzungen mithalten können. Und damit kommen wir zur obligatorischen Japano-Versofftung des Monats. Fairy Tail, basiert auf dem gleichnamigen Anime- und Manga-Universum und liefert JRPG-Kost mit rundenbasierten Kämpfen. Und weil ich keine Ahnung davon habe, halte ich mich mal zurück und schenke euch jetzt noch fünf, ach, was soll der Geiz? Ich schenke euch satte 10 Sekunden Bilderbombast. Ganz ohne Kommentar. Los geht's. Und weiter geht's. Hey, was ist das? Das ist doch schon wieder so ein Kulleraugen-Kram, mit dem ich mich nicht auskenne. Ja, gut, dann krame ich mal eben die Presse-Info raus. Sekunde. Nee, das ist es nicht. Ja, ja, ah, ja, 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 jetzt. Little Town Hero, hier hab ich's. Also. In einem abgelegenen Dorf am Rande der Welt träumt ein Junge namens X davon, die Welt zu bereisen. Es ist jedoch jedem untersagt, sich über die Stadtgrenzen hinauszuwagen. Alles ändert sich, als ein riesiges Monster das Dorf angreift. X entdeckt, dass er mit der Kraft eines mysteriösen Steins seine Ideen und somit seine Angriffe zum Leben erwecken kann. Während er versucht, das Dorf zu retten, lüftet er nach und nach die Geheimnisse hinter den Monstern und den Steinen. So, alles klar? Nein? Ja, dann googles halt selbst, meine Güte. Ich beende den Bums hier jetzt mit No Straight Roads. Das ist so ein bizarres Ding, in dem ihr mit der Power knallharter Rockmusik die Schreckensherrschaft der EDM besiegt. Jo, das klingt genauso weird, wie's aussieht. Aber so rhythmusbasiertes Gameplay kann ja auch richtig Spaß machen. Vor allem, wenn man im Couch-Coop gemeinsam ran darf. Auf jeden Fall ein interessanter Abschluss für den Monat Juli. Yee, whoo! Tja, das war's schon wieder von mir. Natürlich gibt's noch die obligatorischen Umsetzungen für die Switch, wie Outdoor Worlds zum Beispiel oder Eye & Fury gibt's auch. Ach, ich mach das wirklich gern für euch. Aber ihr könnt auch was für mich tun. Ihr könnt abonnieren, ihr könnt kommentieren, ihr könnt die Glocke drücken und auch so die Comments. Ich mein, das ist wirklich so ein Teil an meinem... Papa! Ich wurde letztens gefragt, ob du überhaupt einen Job hast. Ich mein, Glocke aktivieren. Ja, und ich nerv dich absichtlich. Kannst du die Kamera ausmachen, bitte? Ja! Vielen Dank.